Ja, Grüß Gott! Nur ganz kurz, falls Sie noch nie so eine Rohprüfung oder überhaupt eine Prüfung im Moodle hatten, wie funktioniert das Ganze? Erstmal, was Sie sich durchlesen sollten, sind die Informationen zur Online-Klausur vom E-Learning. Wenn Sie da draufklicken, kommen Sie in einen weiteren Kurs vom E-Learning und für uns interessant sind die Informationen, wie unter, ich nehme an einer Rohprüfung teil. Was muss ich beachten? Und insbesondere würde ich Sie bitten, dass Sie sich hier diese Checkliste ansehen, was Sie brauchen, Laptop, Internetverbindung, Mikrofon, Audio und eine Webcam. Wichtig ist auch Laptop, PC, bitte nur ein Bildschirm, weil Sie müssen die ganze Zeit während der Prüfung Ihren Bildschirm freigeben und das darf dann nur ein einzelner Bildschirm sein, sonst funktioniert das nicht mit der Überwachung durch die studentischen Mitarbeiter, die Sie da ansehen. Es gibt auch so ein kurzes Video, wo das gezeigt wird und was es auch noch gibt, Technik, Self-Check, da sind so einige Dinge erklärt, wie man gewisse Dinge in dem BigBlueButton macht, Bildschirm freigeben, Kamera freigeben, kennen Sie wahrscheinlich auch schon von den Übungen und hier ist auch so ein Testraum, wo man das eben selbstständig einfach ausprobieren kann, wenn man das vorher mal probieren möchte. Ein paar Tage vor der Prüfung, vor der richtigen Prüfung, kriegen Sie eine E-Mail von der E-Learning-Abteilung, wo dann auch ein Link auf den passenden BigBlueButton-Raum drin ist. So, jetzt vielleicht noch mal zurück in unseren Kurs, jetzt für die Probeprüfung, wie schaut die Probeprüfung aus und dann nachher auch sehr ähnlich die echte Prüfung. Ich kann die jetzt schon durchführen, weil ich das geheime Passwort kenne. Ich stelle nachher das Passwort einfach aus, das war jetzt nur, damit Sie nicht mehr während der Aufnahme schon rein funken. Da sehen Sie, das ist so aufgebaut, hier gibt es verschiedene Aufgaben auf der Seite, Elementar-Kombinatorik, Mengen, Aussagen, Beweisverfahren, Relation, Funktion. Den dritten Bereich habe ich für die Probeprüfung mal weggelassen, deswegen haben Sie jetzt auch für die Probeprüfung dann, wenn Sie die durchführen, nur 45 Minuten Zeit. Hier unten steht noch mal die Zeit. Hier sind ein paar allgemeine Hinweise und als letzte Seite in der Prüfung gibt es auch so einen wissenschaftlichen Taschenrechner, falls Sie keinen zur Hand haben sollten. Ja, und dann sind hier diese einzelnen Aufgaben. Manchmal sind das so geschlossene Aufgaben, wo man irgendwas einträgt. Ich trage jetzt absichtlich mal irgendwas ein. Das ist im Grunde genommen jetzt für unseren Zweck eigentlich egal. Vielleicht gebe ich irgendwo mal was Richtiges ein. Wie viele Möglichkeiten gibt es sich als Gast ein Drei-Gänge-Menü. Bei 6, 4, 2 ist das 6 mal 4 mal 2. Also 12 mal 4 sollten das wohl 48 sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das sollte schon mal stimmen. Ich habe überall was eingegeben. Teilweise sind es offene Aufgaben. Da kann man dann entweder unten hier in den Teil einfach hereinschreiben oder steht hier, Sie können Ihre Antwort auch im Anschluss als Datei oder Foto hochladen oder einsenden. Was meint jetzt im Anschluss, wenn Sie hier mit allem soweit fertig sind und sagen, ich habe eigentlich nichts mehr, was ich da nur eintragen kann. Hier sehen Sie noch mal eine andere Aufgabe oder hier bei Mengenaussagen, Beweisverfahren, natürlich ein Induktionsbeweis. Und da sehen Sie, da habe ich Ihnen ins Antwortfeld auch schon mal so ein paar Vorgaben reingeschrieben, falls Sie das direkt dort lösen wollen. Müssen Sie aber nicht. So, sagen wir mal, Sie haben hier jetzt online alles eingetragen, was Sie wollen. Dann sagen Sie Versuch abschließen. Dann sagt er noch mal, Antwort gespeichert, bisher nicht beantwortet und so weiter. Und das ist hier auch signalisiert mit so einem grauen Block, dass Sie da tatsächlich etwas drin stehen haben. Ja, dann sage ich, okay, ich habe jetzt alles gemacht. Ich bestätige die Abgabe. Dann sehe ich hier unten nochmal, was ich eigentlich gemacht habe. Und hier oben wird mir jetzt so ein QR-Code angezeigt. Und mit diesem QR-Code, den könnte ich abfotografieren und dann wird automatisch ein E-Mail-Link angezeigt. Ich zeige Ihnen das gleich mal. Das ist ein bisschen aufwendig, das aufzunehmen, wie ich das in Geschichte der Mathematik gemacht habe. Hier funktioniert es aber genauso. Müssen Sie ja auch nicht unbedingt machen. Sie können ja auch auf die, wenn Sie das am Rechner haben, die Datei, wo Sie Ihre handschriftliche Lösung haben, einfach auf die E-Mail-Adresse draufklicken. Dann kommt da direkt normalerweise Ihr E-Mail-Programm und da können Sie das anhängen. Oder wenn Sie sonst von Hand das machen müssen, schreiben Sie an die E-Mail-Adresse. Wichtig ist, wenn Sie diesen Betreff hier eintragen für die E-Mail, die Sie da machen, dann kriegen Sie automatisch eine Eingangsbestätigung. Letzte Möglichkeit, Sie können das auch einfach hochladen. Da klicken Sie auf hier hochladen und dann kommen Sie auf so einen Datei-Upload. So, da muss ich noch was gucken. Da ist das Fälligkeitsdatum falsch eingetragen. Das muss ich nachher noch reparieren. Gut, und jetzt zeige ich Ihnen eben, wie das ausgeschaut hat mit dieser automatischen E-Mail über den QR-Code schicken. Das ist aus der Geschichte der Mathematik. Wird hier aber genauso funktionieren. So, das funktioniert jetzt je nach Smartphone ein bisschen unterschiedlich. Entweder Sie können direkt die Kamera benutzen oder Sie brauchen halt so eine Barcode-Wieder-App. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das liegt an Ihrem Handy. Ich kann das hier mit meiner normalen Kamera machen. Da sehen Sie, aha, der hat da was erkannt. Einen Link an Andreas Fohns. Den werde ich jetzt mal mit Gmail öffnen. Und da sehen Sie, Betreff ist schon eingetragen. Anbei finden Sie meine gescannten Lösungen. Jetzt kann ich eine Datei anhängen. Ja, was haben wir denn? Ach, ich sende hier mal irgend so ein albernes Foto. Das ist ja jetzt für den Testzweck mal egal. Jetzt gehe ich auf Senden. Dann ist das abgeschickt worden. Und jetzt müsste ich mich natürlich ein bisschen in Geduld üben. Ich gehe mal wieder rein und da sehe ich, aha, da ist schon was angekommen. Empfangsbestätigung, Probeprüfung hat mir der Herr Fohns zugesandt. Da hat also alles wunderbar funktioniert.